Auch im fünften Jahr, nach dem Sturm auf die Bastille und dem Ausbruch der Revolution, sind in Paris noch immer keine geordneten Verhältnisse eingetreten. Was ist los, Birka? Die Guillotine ist eine schlechte Mühle. Wir wollen Brot. Höre, Doktor, ich... Was ist das Ziel, dem wir zustreben? Der friedliche Genuss, der Freiheit und der Gleichheit. Ich sehe trotzdem keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge. Aber, aber, meine Herren, die Geschworenen müssen wollen. Gut, wir losen nicht, sondern wir suchen die Handfressen aus. Es stellt sich in der Tat die Frage, wer ist noch sicher in diesem Land? Ich klage Robespierre und St. Juist des Hochwahrrats an! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020